Jo Leute, jetzt kommt es zu einem weiteren Part von Let's Play The Escapists. Im letzten Part hatten wir die wahrscheinlich allergeilste Waffe, die man jemals im Spiel haben kann. Und dann haben wir den Werter verkloppt und wir wurden vom Turm abgeschossen. Was mir eine neue Information ist. Irgendwer muss jetzt Nägel für mich haben. Ach, die würde auch keiner haben, als wenn. Die hat irgendwer in der Zelle hundertprozentig. Also, ich hoffe es. Wenn nicht, dann schlage ich alle kaputt. Der hat noch eine Pfeile da drin, Alter. Mit Pfeilen seid ihr am ausrasten, kann das? Ich glaube, ich bin echt nicht der Einzige, der hier ausbrechen will. Warte, nein, warte, nein, warte, nein. Meine Kids sind alle weg, wirklich. Oh mein Gott. Alle meine Kids sind weg, alle meine Kids sind weg, jauhu. Ja. Gut, dann wäre das auch darum geschehen. Hm. Ja, das ist halt jetzt kacke. Heißt, ich brauche... Okay, Talcum-Pulver habe ich noch. Das heißt, eins kriege ich locker zusammen. Eins, genau. Ein Kid, doch eins. Das Kid, ja doch, ein Kid kriege ich noch locker zusammen. Aber das zweite nicht. Ich brauche noch ein Kid, eine Bettpuppe. Ich brauche noch Nägel. Obwohl, ich kann mir auch so einen Knüppel machen, ne? Der ist dann ohne Nägel, aber der sollte auch passen erst mal. Nägel können ja später immer noch rein. Was hast du zu verkaufen? Nix, okay. Also, ehrlich gesagt, zu teuer für mich. Gronkh, was hast du, du bist außerhalb der Reichweite? Nö, okay. Unge, Debitor, Officer, nö. Allein schon, weil der Officer steht. Die Sache schlägt man wieder morgen an. Nö. Officer, nö. Ist das euer Ernst, Leute? Meinen ihr das vollkommen ernst? Ihr seid solche Schweinehunde. Hilfe, jetzt will mir nicht mal mehr irgendwer eine gute Quest andrehen. Okay, doch, du sitzt doch neben mir. Ja, tust du gut. Ich muss diese... Ey! 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 Alter! Sind ja drei verrückt nach mir hier, oder was? Die Socke nehme ich mit. Die nehme ich für die Arbeit mit. Die nehme ich eiskalt für die Arbeit so mit und bringe die dann direkt weg. Halt die Fritz da unten. So, perfekt. Ja, ich will doch... Boah, mein, ich hasse sowas, ne? Ja, ich bin doch... Arbeiten, Alter. Das ist ein cooler Job, aber irgendwie geht mir das auf die Nerven. Die Sachen immer wieder zu craften, ne? Das geht mir leicht auf die Nerven. Weil das wirklich nicht gehotked ist, dass man da einfach mit... ...ein Tasten beliebig... ...einfach die Sachen reinkloppen kann. Also ins Craften einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen, dass er dann die Sachen da reintut. Und in der Reihenfolge, wie man die Tasten drückt. So, das wäre viel cooler. Aber nein, das Spiel ist nicht so gut. Egal. So, perfekt. Haben wir das. Heißt, jetzt muss ich mich lang... Ne, muss ich gar nicht. Ich muss heute mir ein Kit machen für einen Schlüssel. Und zwar den roten Schlüssel. Das wäre halt jetzt... Habe ich hier nicht Zahnpasta? Ne, habe ich nicht. Okay. Ich habe selbst keine Zahnpasta. Okay, der Kedos jetzt auch nicht mehr, aber... Das wirkt ja hier keinen. So, du hast aber noch die Feuerzeuge oder hast du die auch nicht mehr? Natürlich hast du die auch nicht mehr. Natürlich habe ich die auch nicht mehr. Warum auch immer. Warum verliebt man legale Sachen? Boah, geil, Alter. Wie die immer alles dabei haben. Ohne Witz. So, aber das ist nicht, was ich will. Komm, irgendwer muss doch irgendwas haben. Ne, der hat nur Folie. Brauche ich aber nicht. Ja, wenn ich die Erde jetzt... Nö, nö, vergiss. Das mache ich nicht. Irgendwer muss doch was haben. Was ich hier brauche. Das kann nicht angehen. Nein, keiner hat ein Feuerzeug, Alter. Ich war nur ein Feuerzeug. Dann kann man mich ja selbst. Oder die Zahnbürste. Geht ja beides. Ich brauche nur ein Feuerzeug. Mann, jetzt gib mir doch... Ach, hört zu mich auf die Kamm direkt mit. Hat jetzt irgendjemand Nägel? Hat jetzt irgendjemand hier Nägel? Hätte ich direkt mitgucken können. Das war so hohe. Geh nicht an der Zelle vor... Vorbei, du Bastard. Du bist ein Stinker, der nach Salz riecht. Ja. Ich will doch nur weg von... Geh weiter, Let's Retro. Geh du weiter. Geh dich verpissen. Let's Retro sah ich das. Dün, 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 dün. Du warst da, Zips. Bleib doch, bitte. Oh mein Gott. Gut. Ja. Bah. Oh Gott. Das war so dumm, ne? Ich habe mich einfach so oft gerade erwischen lassen. So. Die Intelligenz liegt auf 69. Das heißt, den Knüppel kann ich mir nicht machen, oder? Doch, den kann ich mir machen. Finde ich gut. So. Habe ich hier irgendwas drin, was... Keine Kids, gar nichts mehr. Die sind also wirklich jetzt schon weg. Oder wie? Oder wird Kedos jetzt kontrolliert? Ja, das ist einfach weg. Das Zeug ist einfach weg. Das Zeug ist einfach weg. Das ist mal richtig gay. So, hast du Zahnpasta? Ja, hast du. Das weiß ich. Danke. So, Kid Nr. Uno. Heißt, ich gehe jetzt hier nochmal gucken bei... ...de Hadi, ob der... Natürlich hat er das Zeug jetzt nicht. Natürlich. Wer hätte es erwartet? Vor allem, ich hatte einen halben Tag rum und mache jetzt neu, oder wie? Interessant. So, das ist richtig geil. Jetzt geht der Part ein bisschen länger als normal. Egal. Das passt schon. So. Paluten. Ich bin ziemlich in... Äh, nö. Ich finde nö. 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 Vergiss es. Damit habe ich nichts zu tun. Das kann doch nicht angehen, angehen, angehen. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das war so stupid. Selbst okay, dass das gar nicht geht, als ich dachte schon. So, da hast du was Neues, Zivi. Ne, hast du nicht. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Mir ist warm. Ich mache das Fenster auf. Oh mein Gott. Ja, okay. Gut, die Waffe haben wir trotzdem noch. Heißt. Äh, ja. Heißt gar nichts für uns. Ich suche etwas. Taschenuhr. Ja. Besorge ich dir, Kedotz. Wie ist die Meinung? 63. Alter, krass. Arbeitspanelum. Pendelum, 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 Fick dich ins Knie, du dreckiger Hurenmann. Taschenuhr, Kedos, Kedos. Was gibt es denn für Wasser zu verkaufen? Immer auf den selben Scheiß wie eben. Dün, dün, Kedos. Bitteschön. Ich gehe doch jetzt. Meine Fresse. Ah, jetzt habe ich den Wunderschön Job nochmal. So, okay. So, okay. So, okay. Gut. Nein, so. Gut. Boah, ich hasse diesen Job irgendwie. So. So. Heißt. Ich denke einfach, der Job, der unübertreffbar war, war in Centerperks. Ähm. Wäschereißervice. Das war eh der Beste. Es gab, meiner Meinung nach, noch keinen besseren bis jetzt. Ist da noch irgendwas auf Vakanz? Nee, alles vergeben. Ich will einfach diesen Lieferanten haben, einfach mal. Ich will wissen, was man da tun muss. Okay, das will ich bei jedem Job wissen, aber Lieferant, das interessiert mich dann schon gewaltig. Und ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, da wird man noch hart viel verdienen. Ich weiß es halt nicht. Und ich muss nochmal kurz da durch. Ich will nämlich wissen, ob ich dann runtergucken kann, um zu sehen, was für einen Schlüssel ich beim Generator brauche. Oh Gott, geil. Das heißt, ich brauche wirklich nur diesen einen roten Schlüssel. Zweimal rot, dann bin ich ja da. Das heißt, ich kann da noch direkt mit der... Krass. Dieser Ausbau ist ja very hard einfach. Der ist doch voll easy. Man muss sich nur gut anstellen, dann ist das durch. Ich brauche halt jetzt auch wieder meine Schnipp-Schnapp-Schnupp. Alter, die ist auch weg, wirklich. Alles weg einfach. Scheiße. Scheiße. Spiel, du bist kacke. Ja, du stinkst. Ich brauche halt wieder zwei Pfeilen. Klebeband, bla bla. Ich brauche einfach wieder alles. Ich brauche nur Werther-Uniform. Ja. Ich brauche einfach wieder alles. So, gut. Das sieht jetzt... Okay. Der war schnell down. Nee, der hat nix. Okay. Okay. Hey, Blali. Dein Angebot, Angebot, Angebot. Angebot nix. Okay. Das hilft. Achso, das hatten wir ja schon. Wieso ist hier unten jemand, der irgendwas zu verkaufen hat? Mein Gott. Irgendwas Gutes. Meine Fresse. Das kann nicht angehen. Ja, komm, ist gut. Ich habe verstanden. Ihr seid alle kacke. So, gehen wir noch auf 10. So, okay. Jetzt eben ein bisschen duschen gehen. Keros, 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 Keros. Keros, 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 Keros. Keros. Ja. Jetzt braucht man wieder Pfeilen. Da hat man natürlich wieder keiner irgendwas. So ist das halt. Keros, du hast ne Kacke. Ich gucke nochmal alle Schreibtische durch. Nö. So, ich weiß. Soll ich mir diese Rüstung selbst machen? Ja, die Werte und die Form mache ich mir selbst. Sie ist ja schnell gemacht und einfach vor allem. Wenn ich jetzt noch Tinte... Danke, Spiel. Wenn ich jetzt noch Tinte... Und, da war sie auch schon. Wenn ich jetzt noch Pfeilen kriege, würde ich, ne? Schade. Hätte ja klappen können. Ein Wunsch von Pfeilen. Das wäre toll. Schade. Dann kannst du ja mal Pfeilen, bitte. Nö. Kaufe ich nicht. Ich teile es hier drin. Es ist Winter. Müsst du mich verarschen? Wie kann die heiß sein? So, und wir sind außerdem auch nicht drin. Wir sind draußen. Wohl bemerkt. Aber, okay. Das ist dem wahrscheinlich egal. Dem ist hier drin heiß. Hm. Ich merke schon. Der Kerl hat irgendwas genommen. Alberto Quest. Ich habe vorher mit einer Lektion zu teilen. Nein. Nein. Boah, gib mir doch die Pfeile. Die Pfeile wäre nett. Natürlich. Wer hätte es gedacht. So, Bleichmittel und Grünsrat. Blabla. So. Ist ja beides legal. Bleichmittel und Tinte, ne? Gut. Ist es. Ich habe nur zwei illegale Sachen. Oh. 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 Ich habe den, ich habe Kev nicht gesehen. Ich habe den echt nicht gesehen jetzt gerade. Fuck. Ein Spätscheln und gerade mal einen Schluck trinken, weil, weil es halt so, jeder Mensch braucht was zu trinken. Ist voll normal. Voll menschlich. Hatten wir die Angebote nicht vor zwei Stunden schon mal? Oder irgendwie sowas? Ja. Mhm. Gut. Das Leben ist wieder halb voll. Äh. Äh. Der ist okay. Da gehe ich jetzt noch mit hin. Danach folgt hier nochmal eine Arbeitsstunde. Doppelt nach zwei Stunden Arbeit. Dann ist ja 20 Uhr. Dann ist Freizeit bis 22 Uhr. In der Zeit kann ich ja mal noch feilen und alles suchen. Yo. Ich brauche etwas Hundemarke. Yo. Jemand hat, ob er die Werte haben. Nicht im Auge. Wie sieht es aus? Warte. Jemand muss Alberto ordentlich vermöbeln. Ich will. Achso. Ich dachte, ich soll die Werte ablenken. Ich habe wieder ein Foto an TT. Hundemarke an TT. Okay. Gronkh. Was hast du zu verkaufen? Immer noch dieselbe Schrift wie eben. Nein. Du hast ne. Jawoll, Digga. Jawoll. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Das ist doch mein Leben, was ich hier lebe. Nicht euers. So. Okay. Equippen wir das mal. Und dann. Zack. So. Und. Teilblech brauche ich nicht. Ich muss jetzt einen Officer verkloppen. Die Aue ist ja gut. Ja, ich bin so dumm. Aber die habe ich Angst. Ich habe vor den Officern generell Angst, weil die einfach so die Waffe haben. Weil die einfach so die Waffe haben. Genau. Und ich habe jetzt auch Angst vor den Türmen, dass die mich dann wieder angreifen. Ich bin mir halt bei dem Spiel echt nicht mehr sicher, was passiert und was nicht. Ne. Also das war auch eben echt nicht normal, dass mich die Türme angegriffen haben. Also das sollte, glaube ich, gar nicht so sein. Also das. Ich weiß nicht, ob das. Also ich habe es bis vorher. Also bis da vorher noch nie gehabt, dass mich die Türme dann angreifen. Deswegen ist das halt ein bisschen. Erfordern für mich. Klopperei. Direkt vorm Haus. Die können mir echt keine freie Sekunde geben, ne? Das sind solche Bastardianos. Es gibt keine Schlimmeren als die. So, okay. So, ja, ja, ist gut. Ey, yo. Zack, 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 bumm. Äh. So. So, okay. Ich bin der schlechteste Arbeiter. Ich habe noch keinen Arbeitspensum. Boom. Zehn Stücke und es ist fertig, ja. So viel zum Thema. Ich bin der schlechteste Arbeiter. Ähm, ich muss Hundemarke und, was an Tete, Hundemarke und Familienfoto. Das FF, das habe ich doch hier irgendwo. FF für Familienfoto. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich hier eine Hundemarke herbekomme. Ach du Scheiße, wo soll man hier eine Hundemarke herbekommen? Tete, du kriegst schon mal dein Familienfoto. So, bitteschön. Okay. So. Ey, wieso sind diese Kisten so aktuell? Diese Kisten so aktuell? Ne, diese Schreibtische so aktuell. Krass. Jetzt, wo man es braucht, findet man es nicht, ne? Alter, ich hasse sowas. Das ist bei solchen Spielen immer das Schlimmste. Wenn man was nicht braucht, findet man es ohne Ende. Wenn man es braucht, dann ist es nirgendwo. Ist aber auch in Wirklichkeit so. Wenn man was braucht, findet man das nicht, was man braucht. Und wenn man es nicht braucht, dann sieht man es direkt auf den allerersten Blick. Jaja. So ist das, so ist das. So, noch eine Stunde. Ah ne, jetzt ist erst Duschen dran. Okay. Ja, okay, okay. Man hat von 18 bis 21 Uhr Zeit zum Arbeiten, was? Echt? So lange? Wusste ich gar nicht. Ich geh noch grad auf die 20. Das sollte ja drin sein. Ja, ist drin. Ey, ich bin hier im Nebenraum. Ganz ehrlich. Halt die... Boah. Ey, ohne Witz. Blöi! Den hat das nicht gehockt, obwohl der genau da unten steht, wo der alles sieht. Ne, okay. Und du hast nichts zu verkaufen, oder? Ich belohne nicht mehr, dass du besorgst. Taschenuhr. Officer, mein Leck hat von meinem Eigentum... ...ne Pfeile. Ich will es wieder. Okay. Nee, tt, 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 tt. Tt. Okay, perfekt. Eine Pfeile hätten wir dann schon wieder. So, heißt, ich kann jetzt... Wieso habe ich mir ein Pfeil... Ah, nee, das habe ich ja nicht. Okay, alles cool, alles cool, alles cool. Das Feuerzeug habe ich mir nicht gekauft. Oder? Nee, ich meine nicht. Die Pfeile habe ich mir aber gekauft. Umge und tt, okay. Äh, die, 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 bla... Eine Taschenuhr wollte noch tt haben, ne? Tt wollte eine Taschenuhr. Habe ich zum Glück noch eine? Halt die Fresse. Tt, geil, noch. Taschenuhr geben. Richtig schön. Wer wollte die... Gibt... Gibt... Taschei, bla... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Vergessen wir das mal. Die Queste haben wir verkauft. Ferne Pfeile von Ungewirr, das soll... Ne, komm. Hallo, ne, die sind die Bestrachter, die habe ich geklaut. Schon, okay. Ich höre nicht mehr, das ist ein Würfel, okay. Kann ich mal gucken, ob ich die finde. So, komm, jetzt lasse ich... Das Zeug nehme ich lieber mal raus. Ich weiß halt nicht, wer kontrolliert wurde, da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Jedenfalls, unser Inventar ist gut equipped. Wir brauchen noch eine Pfeile und ein Klebeband, dann sind wir hier raus. Okay, dann müssen wir noch einen Officer mit dem roten Schlüssel verkloppen, aber... Ja, das sollte möglich sein. Und ja, ich hoffe, dieser überlange Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Wertung da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, let's play DSK, bis traut rein, bis dann und ciao, ciao.